Finale der balkischen Meisterschaft in merkwürdig reduzierter Form, aber trotzdem sind wir stolz darauf, ein Finale auszusetzen. Tragen zu dürfen hier, begrüßen Sie dazu unsere Schiedsrichter Emilia Ibić und Thomas Kark. Und den aktuellen oberbalkischen Meister, den VCDJK München-Ost-Erschen. Ich muss es ablesen, damit es mit dem Namen wirklich auch funktioniert. Mit der Nummer 1, Clemens Sehnder. Mit der Nummer 4, Michael Kirinler. Mit der Nummer 6, Nikolai Gassel. Mit der Nummer 11, Konstantin Kopscho. Mit der Nummer 12, Wicent Koppmann-Eichel. Mit der Nummer 90, Schmock-Koyani. Mit der 1, 2. Mit der 2, 20, Patrick Hasler. Mit der 20, Wicent Koppmann-Eichel. Mit der 20, Wicent Koppmann-Eichel. Mit der 2, 20, Patrick Hasler. Mit der 20, Wicent Koppmann-Eichel. 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 Und die 24 standen in der Kalistik-Kantin. Und wir brauchen hier den Inhalter. Und gegen der aktuelle, aktierende südbalkische Meister, die Sportfreunde Hattelk, mit der Nummer 1, Felix Gärter. Mit der Nummer 2, Ben Lieber. Mit der Nummer 3, Felix Gärter. Mit der Nummer 3, Felix Gärter. Mit der Nummer 3, Felix Gärter. Inhalter! Geh da! Inhalter! Geh da! Inhalter! Mit der Nummer 3, Felix Gärter! Inhalter! 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 Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Vielen Dank. 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 Oh! 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 Wutte! 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 Applaus Nicht qualifizieren, das ist eigentlich der Sieber, mein Band. Nicht mehr bei Jongen, sondern bei der Sieben. Nicht mehr bei Jongen, sondern bei der Sieben. Nicht mehr bei Jongen. 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 Heit! Halt! Heit! Halt es! Halt es! Und den den wundern! Halt es! Halt es! Ja! Na, ich bin aufmerksam. Halt! In seinem Tiefel! In seinem Tiefel! Alex! Um sieben hattest du? Anniere! Ja! Anniere! 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 Steул nochmal! Anniere! 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 , Anniere! Anniere! Applaus 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 Komm schon mal! Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Wünsche! 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 Ja! Na gut! Ja! Applaus 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 Ja! Ja! Der Bünstenniker hat sie vorgelegt. Der Bünstner hat sie. Der Bünstner hat sie, der inspiriert hat sie. Der Bünstner wird die enormen Ruckswunterspr Sister. Wir spielen lieber nach Bündn den Bünstler und schießt nach elemento. Ich werde sagen, einmal nach Bdingssanի muss ich Schöpflein, Schöpflein! 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 Die war auch ein Fehler. Nein, das andere ist eigentlich nicht größer. Sehr gut. Applaus Sehr gut. Wie war er denn? Sehr gut. Und wie hat er das vorgeschlagen? Diese Mannschaft ist ein Fressplug. Sehr gut. Und wie hat er das vorgemacht? Sehr gut. Alles klar. Spiegel, Spiegel... Spiegel, Spiegel... Spiegel... 1... 2! Ein, zwei, drei! 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 Ein, zwei, drei, drei! Ein, zwei, drei, drei! Ein, zwei, drei, drei! Ein, zwei, drei, drei, drei! Ein, zwei, drei, 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 drei! Ein, zwei, drei, 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 drei! Vielen Dank. Gute! Ja holl! Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020